Wir sind so oft gefragt worden, wie es mit dem ORF weitergeht. Zwangsgebühren, ja oder nein? Ich persönlich bin der Meinung, die Zeit der Zwangsgebühren ist längst vorbei. Aber wenn wir das Modell der direkten Demokratie umsetzen, dann könnt ihr selbst entscheiden. Wollen wir jetzt die ORF gebühren oder wollen wir sie nicht? Das ist dann eine Entscheidung der Bürger. Und diesen Weg, meine Lieben, will ich gehen, damit wir euch die Stimme zurückgeben, die ihr uns am 29. September geben werdet.